Hallo und herzlich willkommen bei Liquid Tool. Gerne präsentiere ich Ihnen in diesem Video, was unsere Liquid Tool App alles kann. Nach dem Einloggen sehen Sie all Ihre Maschinen im Überblick und auf einen ersten Blick, ob sich alle im grünen, gelben oder roten Bereich befinden. Sie können dann bei jeder Maschine in die Details rein und mit den verschiedenen Anzeigeoptionen auch ältere Messwerte und Verläufe über Wochen, Monate oder sogar Jahre anschauen. In diesem Beispiel sehen Sie die automatisch gemessenen Werte der Konzentration und Temperatur. Sie haben aber auch die Möglichkeit manuelle Messungen für pH, Wasserhärte, Nitrit und Leitfähigkeit einzutragen. Diese können Sie selber aktivieren und dann schaut es bei einer Maschine so aus. In der Übersicht ist jetzt nicht mehr nur die Konzentration und Temperatur, sondern auch der pH, die Wasserhärte und Leitfähigkeit zu sehen. Nebst dem Überprüfen der automatisch gemessenen Messwerte, können Sie in der App auch die manuellen Messwerte eintragen oder dem Sensor per Knopfdruck sagen, dass er eine Messung starten soll. Dies mal so als Übersicht für Sie. In der Web-Applikation am PC haben Sie dann noch einige weitere Funktionen und können so zum Beispiel alle Daten als Report herunterladen. Sind Sie interessiert? Dann vereinbaren Sie doch gleich einen Demo-Termin mit Daniel, unserem Head of Sales. Na, den man K屋. Kurteien K alt